Wer sind eigentlich die mächtigsten Schüler in Hogwarts gewesen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Ich wette, du hast dich schon einmal gefragt, wer eigentlich die mächtigsten Schüler in Hogwarts waren. Und auch während der Schulzeit noch und nicht, als sie schon ausgelernt hatten. Im heutigen Video werde ich dir die Top 9 der mächtigsten Schüler in Hogwarts vorstellen. Dieses Ranking ist natürlich subjektiv und kann jeder irgendwie anders bewerten, um seine eigene Meinung zu haben. Aber ohne weiterer Umschweife, lasst uns direkt mit meiner Nummer 9 beginnen. Und dort haben wir keinen anderen als Sirius Black. Sirius Black, ein Mitglied der Rumtreiber und des Orden des Phönix, war ein talentierter und mutiger Schüler. Er hatte eine große Palette magischer Fähigkeiten zur Verfügung. Er war in der Lage, komplexe Zauber und Flüche zu wirken. Sirius Black kann sich durch seine Animagus-Fähigkeit in einen großen schwarzen Hund verwandeln. Diese hat er sich selber mit seinen Freunden beigebracht. Und er beherrscht diese Fähigkeit, ohne einen Zauberstab zu verwenden. Er war bekannt für seine Tapferkeit und seinen Kampfgeist. Sirius ist ein erfahrener Duellant und hat seine Fähigkeiten im Kampf gegen die dunklen Zauberer und die Todesser unter Beweis gestellt. Aber selbst während seiner Schulzeit war er schon sehr tapfer und mutig. Er ist bekannt für seinen Mut und seine Bereitschaft, sich für seine Freunde und für das Gute einzusetzen. Sirius war clever und taktisch geschickt. Er konnte komplexe Situationen analysieren und Lösungen dafür finden. Alles in allem ganz gut, aber hat er auch Schwächen? Ein paar auf jeden Fall. Wie zum Beispiel Impulsivität. Manchmal handelte Sirius impulsiv und überstürzt, ohne die möglichen Konsequenzen seiner Handlungen zu berücksichtigen. Er hatte emotionale Last und Trauma. Sirius trägt eine schwere emotionale Last aufgrund vergangener traumatischer Ereignisse mit seiner Familie mit sich. Dies kann seine Urteilsfähigkeit und seine Handlungen ein wenig beeinflussen. Auf der Nummer 8 haben wir James Potter. James Potter war ein talentierter und mächtiger Zauberer. Er genau wie seine Freunde Sirius Black und Peter Pettigrew ein Animagus war und sich in einen Hirsch verwandeln konnte, was ihm den Spitznamen Krone einbrachte. Er war ein herausragender Schüler und ein Mitglied der berühmten Rumtreiber-Gang. Er war der Vater von Harry Potter und ein enger Freund von Sirius Black und Remus Lupin, das kam aber erst später. James Potter war ein begabter Zauberer und zeigte bereits während seiner Schulzeit an der Hogwarts-Schule Fechserei und Zauberei außergewöhnliche magische Fähigkeiten. James war äußerst mutig und zeigte keine Scheu vor Schwierigkeiten oder gefährlichen Situationen. Er war ein herausragender Kämpfer und stellte sich oft mutig gegen die dunkle Seite. Außerdem war James äußerst loyal gegenüber seinen Freunden, insbesondere gegenüber Sirius, Remus und Peter und stand immer an ihrer Seite. James hatte eine große Sozialkompetenz, war beliebt und hatte eine starke soziale Präsenz. Er war ein guter Freund und hatte viele Anhänge an seiner Schulzeit. Und genau wie Sirius Black hatte James Potter auch ein paar Schwächen, wie zum Beispiel seine Übermut. In seiner Jugend war James manchmal zu übermütig und neigte dazu, Risiken einzugehen, ohne die möglichen Konsequenzen ausreichend zu bedenken. Außerdem sein Stolz. James konnte manchmal stolz und selbstgefällig sein, was zu Spannungen in seinen Beziehungen führen konnte. Wie zu Peter Pettigrew zum Beispiel, der sich ziemlich oft hintergangen oder auch verletzt gefühlt hat, von James' Art ihn so zu behandeln. Sein unüberlegtes Verhalten gehörte auch dazu. Gelegentlich handelte James impulsiv, ohne die langfristigen Auswirkungen seiner Handlungen zu berücksichtigen. Auf der Nummer 7 haben wir Harry Potter. Harry Potter war bekannt für seine außergewöhnliche Fähigkeit in Verteidigung gegen die dunklen Künste und außerdem im Fliegen bzw. im Quidditch. Harry war ein begabter Zauberer und hat im Laufe der Bücher eine breite Palette magischer Fähigkeiten entwickelt. Er beherrschte viele Zauber und Flüche, darunter auch Fortgeschrittene und Schwierige. Er zeigte auch Talent in anderen Fächern und besiegte als Schüler sogar einen Basilisken in der Kammer des Schreckens. Harry zeigte ein besonderes Talent für Besenfliegen und ist ein hervorragender Quidditch-Spieler. Er ist der jüngste Sucher in der Geschichte von Hogwarts und gewann mehrere Quidditch-Meisterschaften. Harry beherrschte die seltene Fähigkeit, einen Patronus heraufzubeschwören, um Dementoren abzuwehren. Sein Patronus ist die Gestalt eines Hirsches, ähnlich dem von seinem Vater James. Harry war äußerst mutig und stellte sich immer wieder tapfer gegen die dunklen Mächte und die Gefahren. Er zeigte außergewöhnlichen Mut in schwierigen Situationen. Er ist äußerst loyal gegenüber seinen Freunden gewesen und war bereit, alles für sie zu tun. Seine Loyalität erstreckte sich auch auf seine Verbündeten und den Orden des Phönix. Er war äußerst entschlossen und gab nicht leicht auf, selbst wenn er vor scheinbar unüberwindbaren Herausforderungen stand. Genauso wie er aber Stärken hatte, hatte er auch Schwächen. Manchmal handelte Harry zum Beispiel impulsiv und unüberlegt, ohne die möglichen Konsequenzen seiner Handlungen vollständig zu bedenken. Harry hatte außerdem oft Selbstzweifel und Unsicherheiten, mit denen er zu kämpfen hatte, insbesondere in Bezug auf sein Schicksal und seine Fähigkeiten. Harry hatte außerdem eine Tendenz, sich in gefährliche Situationen zu begeben, ähnlich wie sein Vater James, auch wenn es in der Situation klüger wäre, Unterstützung oder Rat von anderen zu suchen. Als nächstes haben wir die Nummer 6 und dort haben wir keinen anderen als Hermine Granger. Hermine ist äußerst intelligent gewesen und wird oft als eine der besten Schülerinnen in Hogwarts beschrieben und angesehen. Sie liest gerne und hat ein umfassendes Wissen über die magische Welt. Hermine war eine begabte Zauberin und beherrschte eine Vielzahl von Zaubersprüchen und Zaubertränken. Sie war diszipliniert und hatte eine hohe Genauigkeit bei der Anwendung von Magie. Ihre Hartnäckigkeit und Entschlossenheit halfen ihr, auch in den schwierigsten Situationen standzuhalten und zu bestehen. Sie hatte ein ausgezeichnetes logisches Denkvermögen und konnte komplexe Probleme lösen und Rätsel entwirren. Sie hatte ebenfalls spezielle Stärken, wie zum Beispiel ihre Loyalität. Hermine ist äußerst loyal gegenüber ihren Freunden gewesen und stand immer an ihrer Seite, egal wie gefährlich die Situationen sein mögen. Sie war außerdem sehr mutig. Obwohl sie manchmal ängstlich sein konnte, zeigte Hermine in entscheidenden Momenten außergewöhnlichen Mut und stellte sich mutig gegen ihre Gefahren. Hermine ist ehrgeizig und strebt nach Exzellenz in der Schule und außerdem allem, was sie tut. Außerdem ist sie empathisch. Hermine zeigt Mitgefühl und Empathie für andere und setzte sich oft für die Rechte und den Schutz von Muggeln, Hauselfen und anderen Wesen in der magischen Welt ein. Sie hatte natürlich auch wie jeder andere ein paar Schwächen, zum Beispiel Perfektionismus. Hermine kann manchmal zu streng mit sich selbst sein und ist ein Perfektionist, der hohe Erwartungen an sich selbst stellt. Sie ist außerdem aufbrausend. Sie kann leicht gereizt und aufbrausend sein, besonders wenn sie das Gefühl hat, dass andere nicht ihren Standards entsprechen. Überbürdung ist ein weiterer Punkt. Hermine neigte dazu, sich viel zu viel Verantwortung aufzubürden und kann manchmal überfordert sein, wenn sie versucht, alles im Griff zu behalten. Und ihr letzter Punkt ist ihre Sturheit. Obwohl ihre Hartnäckigkeit oft eine Stärke ist, kann ihre Sturheit manchmal auch zu Konflikten oder Problemen führen. Auf der Nummer 5 haben wir Minerva McGonagall. Minerva McGonagall war eine herausragende Schülerin und brillant in vielen Fächern. Sie wurde später Professorin und stellvertretende Schulleiterin in Hogwarts. Ihre besondere Stärke lag in der Transfiguration, also der Verwandlung. Minerva McGonagall ist eine Meisterin der Verwandlung und gehört zu den besten Verwandlungsexpertinnen der Zaubererwelt. Sie kann Gegenstände in andere Formen verwandeln. Sie ist außerdem eine Animagi, was es ihr ermöglicht, sich in eine Katze zu verwandeln. Als Professorin für Verwandlung und stellvertretende Schulleiterin ist McGonagall eine begabte Zauberin und beherrscht eine Vielzahl von Zaubersprüchen. Sie ist eine kluge und rationale Denkerin, die in schwierigen Situationen oft kühlen Kopf bewahrt und gute Entscheidungen trifft. Und das war sie auch schon während ihrer Schulzeit. McGonagall ist äußerst diszipliniert und erwartet von ihren Schülern strenge Regeltreue und eine ernsthafte Arbeitshaltung, weil sie genau das auch in ihrer Schulzeit geliefert hat. Sie ist äußerst loyal gegenüber Hogwarts und ihren Schülern und setzt sich immer für das Wohl der Schule und ihrer Hausgemeinschaft ein. McGonagall ist eine starke und unerschütterliche Person, die in der Zauberergemeinschaft respektiert und geachtet wird. Als stellvertretende Schulleiterin übernimmt sie in Abwesenheit von Elvis Dumbledore die Führung von Hogwarts und zeigt Führungsqualitäten. Schon in ihrer Schulzeit hatte sie die meisten ihrer Fähigkeiten. Aber auch sie hatte Schwächen, wie zum Beispiel ihre Strenge. Manchmal kann sie zu streng oder unnachgiebig sein, was sie manchmal in Konflikte mit ihren Schülern bringt. Und ihre Emotionalität. Hinter ihrer ernsten Fassade verbirgt sich eine emotionale Seite, die sie jedoch selten zeigt und diese ist recht impulsiv, was sowohl als Schwäche, aber auch als Stärke gesehen werden kann. Als nächstes auf der Liste haben wir Bellatrix Lestrange. Bellatrix Lestrange zeigte als Schülerin schon früh eine beunruhigende Affinität für dunkle Magie und war eine glühende Anhängerin von Lord Voldemort. Sie war eine äußerst mächtige und erfahrene Zauberin. Sie beherrschte eine Vielzahl von Zaubersprüchen, einschließlich des Cruciatus-Fluches, den sie gerne einsetzte, um andere zu foltern. Ihre Hingabe an die dunkle Seite und ihre furchtlose Natur machten sie zu einer mächtigen und gefährlichen Schülerin. Bellatrix ist eine herausragende Duellantin gewesen und konnte sich erfolgreich entkämpfen gegen andere Zauberer behaupten. Sie war in der Lage, ihre Gedanken und Gefühle vor Legilimentikerinnen zu verschließen und sich vor Eindringlingen in ihrem Geist zu schützen. Bellatrix war treu und hingebungsvoll Lord Voldemort ergeben. Sie glaubte fest an seine Ziele und ist bereit, alles für seinen Sieg zu tun. Sie hatte keinerlei Skrupel, andere zu töten oder zu foltern, um ihre Ziele zu erreichen und die Interessen von Lord Voldemort zu fördern. Bellatrix ist äußerst entschlossen gewesen und kämpfte hartnäckig für ihre Überzeugungen und ihre Ziele. Sie ist eine furchtlose Kämpferin gewesen, die keine Angst vor Konfrontation hat und sich gerne in den Kampf gestürzt hat. Kommen wir zu Bellatrix' Schwächen und da beginnen wir direkt mit dem Fanatismus. Ihre fanatische Hingabe an Lord Voldemort und seine Ziele lässt sie manchmal irrational handeln und sie ignoriert jegliche Moral oder Ethik. Ihre Überheblichkeit. Bellatrix ist oft überheblich und arrogant, was dazu führen kann, dass sie unvorsichtig wird und Fehler macht. Außerdem hat sie eine große Rachsucht. Sie hegt eine persönliche Feindschaft gegenüber Harry Potter und anderen, die gegen Lord Voldemort kämpften, was ihre Urteilsfähigkeit außerdem trüben kann. Außerdem ist sie sehr impulsiv. Bellatrix handelte oft impulsiv und unüberlegt, ohne die langfristigen Konsequenzen ihrer Handlungen zu bedenken. Auf der Nummer 3 haben wir Severus Snape. Severus Snape, ein talentierter Schüler in Hogwarts, zeigte früh sein Können in Zaubertränken. Seine Ambitionen und sein Streben nach Macht machten ihn zu einem beeindruckenden Schüler in Hogwarts. Später entschied er sich, seine dunkle Vergangenheit zu überwinden und sich dem Guten zu verschreiben, indem er für den Orden des Phönix kämpfte. Er war in der Lage, seinen geistvollen Elementikern zu verschließen und seine Gedanken und Gefühle zu verbergen. Snape war ein erfahrener und fähiger Duellant, der sich erfolgreich in Kämpften behaupten konnte. Snape war äußerst intelligent und hatte ein umfangreiches Wissen angehäuft über die magische Welt, insbesondere in den Bereichen Zaubertränke und dunkle Magie. Er war ein Meister der Geheimhaltung und spielte seine Karten oft sehr geschickt, um seine wahren Absichten und Schachzüge und außerdem Loyalitäten zu verbergen. Snape zeigte eine tiefe Hingabe an die Erinnerung von Lily Potter, Harry Potters Mutter, was sein Handeln und seine Entscheidungen beeinflusste. Snape war mutig und riskierte oft sein Leben, um das Gute zu fördern und Lord Voldemort zu bekämpfen. Obwohl er seine Gefühle oft verbarg, zeigte Snape einen starken Schutzinstinkt für Harry Potter, auch wenn es nicht immer offensichtlich war. Seine Schwächen waren folgende. Zorn und Verbitterung Snape hatte eine düstere und verbitterte Natur, die ihn manchmal impulsiv und feindselig handeln ließ. Isolation Auf der Nummer 2. Tom Riddle Tom Riddle, bevor er zum dunklen Lord Voldemort wurde, war zweifellos einer der mächtigsten Schüler, die Hogwarts je gesehen hat. Er beherrschte eine Vielzahl von Zaubersprüchen, darunter auch fortgeschrittene und dunkle Magie. Seine außergewöhnliche magische Begabung, sein scharfer Verstand und seine Manipulationsfähigkeiten machten ihn zu einem beeindruckenden und gefährlichen Schüler. Voldemort war in der Lage, seinen Geist vor Legitimantikern zu verschließen und seine Gedanken und Gefühle zu verbergen. Also beherrschte er die Oklomantik. Tom hat das Geheimnis der Horcrux entdeckt und nutzte es, um seine Seele in verschiedene Gegenstände zu spalten, um unsterblich zu werden. Und das machte er bereits während seiner Schulzeit. Voldemort war außerdem ein Meister der Manipulation und konnte andere dazu bringen, seine Befehle auszuführen oder seine Pläne zu unterstützen. Einige weitere Stärken von Tom Riddle waren folgende. Seine Entschlossenheit Tom Riddle ist äußerst entschlossen und gab niemals auf, seine Ziele zu erreichen, selbst wenn es Jahre oder Jahrzehnte dauert. Klugheit Er ist äußerst intelligent gewesen und strategisch geschickt, was es ihm ermöglicht, komplexe Pläne zu schmieden und seine Gegner zu überlisten. Seine Anhängerschaft Voldemort hatte eine treue Anhängerschaft von Todessern, die ihm loyal ergeben sind und seine Befehle bedingungslos ausführten. Das hatte er ebenfalls schon in der Schulzeit, auch wenn sie sich nicht Todesser nannten, waren es doch seine Anhänger. Furchtlosigkeit Er fürchtete sich fast vor nichts und war bereit, jeden zu töten, der sich ihm in den Weg stellte. Er hatte nur Angst vor einer Sache, aber dazu kommen wir gleich noch. Aber auch Voldemort hatte einige Schwächen, die ihm im Weg standen und ihn wie ein Sieg kosteten. Zum Beispiel seine Arroganz Voldemort war extrem arrogant und glaubte oft, dass er unbesiegbar sei, was zu Fehlern und Nachlässigkeiten führen konnte. Angst vor dem Tod Obwohl Voldemort nach Unsterblichkeit strebte, hatte er gleichzeitig auch eine große Angst vor dem Tod und war besessen davon, den Tod zu überwinden. Die Unfähigkeit zu lieben Voldemort war unfähig, Liebe zu empfinden, was ihn zu einem emotionslosen und kalten Wesen machte. Die Fixierung auf Harry Potter Seine Obsession, Harry Potter zu töten, führte manchmal zu Fehlentscheidungen und machte ihn anfällig für Vorhersagungen und Prophezeiungen. Und auf der Nummer 1 haben wir keinen anderen als Albus Dumbledore. Bereits als junger Schüler in Hogwarts zeigte Albus Dumbledore außergewöhnliches magisches Talent und eine große Intelligenz. Er war einer der mächtigsten Zauberer seiner Zeit. Er beherrschte eine Vielzahl von Zaubersprüchen und war in der Lage, selbst schwierige und komplexe Zauberei auszuführen. Er war ein hervorragender Schüler in vielen Fächern und wurde von seinen Lehrern hoch geschätzt. Seine frühen Erfolge deuteten bereits auf eine beeindruckende Zaubererkarriere hin, die er später als einer der mächtigsten Zauberer aller Zeiten erreichen würde. Er war außerdem ein Meister der Oklomentik, der Technik, die es ihm ermöglichte, seinen Geist vor Eindringlingen zu schützen, und außerdem der Legitimentik, mit der er in die Gedanken anderer eindringen konnte. Dumbledore ist äußerst weise und zeigt ein tiefes Verständnis für die menschliche Natur und die Magie. Er zeigte Mitgefühl und sorgte für seine Schüler und Mitmenschen und setzte sich für das Wohl anderer ein. Dumbledore war ein charismatischer und inspirierender Anführer, der von seinen Schülern und Verbündeten respektiert und bewundert wurde. Dumbledore war unermüdlich und hingebungsvoll in seinem Kampf gegen die dunkle Seite und um Voldemort zu besiegen. Aber selbst Albus Dumbledore hat seine Schwächen gehabt. Dumbledore neigte zum Beispiel dazu, viele Informationen und Geheimnisse für sich zu behalten, was manchmal zur Verwirrung und Misstrauen führen konnte. Manchmal vertraute Dumbledore anderen zu sehr und übersieht möglicherweise, wenn jemand unzuverlässig oder gefährlich ist, siehe Tom Riddle. Obwohl er bescheiden wirkt, kann Dumbledore manchmal stolz und unbeugsam sein, wenn es um seine Überzeugungen geht. Es ist natürlich wichtig zu beachten, dass diese Bewertung der Stärke von Schülern subjektiv sein kann und von den individuellen Leistungen und Fähigkeiten jedes Schülers abhängt. Das war auf jeden Fall mein Ranking. Mich würde sehr interessieren, wie dein Ranking aussieht, also schreib es doch gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.